Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum Seminar Grundlagen und Akquisechancen pauschal dotierte Unterstützungskasse am 6. Februar 2013 nach Paderborn in den Döhrenhof einladen. Ihr Referent ist der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Manfred Bayer. Das Seminar richtet sich an Anfänger, die sich in das Thema Beratung pauschal dotierte Unterstützungskasse einarbeiten wollen und das Thema im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation verstehen wollen. Ziel ist die Ansprache von Unternehmen, die Erläuterung der Thematik Chancen und Möglichkeiten und Nutzen der pauschal dotierten Unterstützungskasse für Unternehmen im Erstgespräch. Anmeldeunterlagen können Sie unter bav.fels.de anfordern. Links zu vergangenen Seminaren entnehmen Sie bitte der Beschreibung zu diesem Video.